Ich hoffe, ihr habt einen schönen Wochenstart gehabt und vielleicht ein besserer als den der DAX im Moment hier, dem, der blüht, oh Gott, ich kriege es nicht raus, aber ihr wisst ungefähr, was ich sagen will. Der Kurs ist auf jeden Fall nach unten gegangen, wir haben ein kleines Gap gesehen hier, ihr seht das nach dem Wochenende, das ist nichts mit Drama, aber immerhin. So, aber wir hatten darüber gesprochen, dass wir früher oder später einen Rücksetzer kriegen und jetzt gilt es, tatsächlich kommt es jetzt darauf an, wie dieser aussieht. Und solange wir oberhalb dieser Marken bleiben hier, dieser hier oder dieser, das können wir ganz genau nehmen oder auch ein bisschen grober gucken, also das hier in etwa, das sollte nicht mehr unterschritten werden, idealerweise. Solange er oberhalb bleibt, ist alles safe. Ungefähr, wer das jetzt nicht ablesen kann, 15.269. Warum ist das so relevant? Sagen wir mal so, wenn die Marktteilnehmer wirklich super zufrieden sind und sagen, ich habe richtig Bock zu kaufen. Dann freuen sie sich aber auch mal über einen Rücksetzer, das ist nicht kritisch, aber man muss sich die Frage stellen, wenn wir starke Aufwärtsbewegungen haben, dann mal einen Rücksetzer und dann das, warum lassen sie sich so viel Wurst vom Teller nehmen? Das ist nicht typisch für eine Situation, die eigentlich sehr bullisch ist. Das ist ein Zeichen, dass die Marktteilnehmer noch zweifeln, dass sie noch nicht da sind, wo wir sie haben wollen, wenn wir einen wirklich starken bullischen Markt haben. Also damit haben wir schon mal so eine erste Killermarke sozusagen. Solange wir oberhalb dieser Marke bleiben, würde ich mal behaupten, dass das bullische Bild noch alle Chancen nach oben hat. Nämlich sich weiter nach oben vorzusetzen. Wie sollte denn so eine Abwärtsbewegung aussehen? Ja, Korrektiv. Ich sage ja immer wieder dieses Wackelige. Ich weiß, das klingt immer sehr doof. Ein Korrektivmuster. Korrektivmuster sind eben mit vielen Kursüberschneidungen oder aber ABC. ABC-Situationen sind häufig einmal steil. Dann gibt es eine Gegenbewegung, nochmal steil. Also wenn wir das bekämen, so ganz grob jetzt gesagt, und eben mit diesem Ding hier oberhalb dieser Marke bleiben, ist alles noch safe. Dann wäre sogar ein typischer Einstieg, hier nochmal zu sagen, ach komm, Einschwung, den machen wir noch. Also da drüber plus X. Man hat so ein bisschen Orientierung, dass man das nochmal nimmt. Dann kann man sagen, okay, wo war der Tiefpunkt? Dann hat man so ein bisschen eine Idee, wo das dann noch hinführen kann. Einfach im Sinne dieses 1, 2, 3, 4, 5. Und wie gesagt, dieses letzte Zwischenhoch wäre entsprechend der Trigger. Das kann hier in der Mitte auch ein bisschen anders aussehen. Das kann natürlich auch eine ABC sein und dann hier nochmal runtergehen. Das Prinzip bleibt aber im Wesentlichen das Gleiche. Da ist jetzt kein großer Unterschied. Wichtig allerdings, dass wir nicht jetzt so irgendwie gehen, weil dann haben wir keinen ordentlichen Ansatzpunkt. Und wo ist dann das Zwischenhoch? Hier diese kleine Pinnöcke, gefällt mir nicht. Ich sage es ganz ehrlich, das ist mir zu wenig. Das ist dann der Punkt, wo ich dann manchmal auch Bewegung verpasse, wo ich sage, ich habe es nicht gesehen. Also ich habe es gesehen, aber ich habe hier nicht mein Einstiegsszenario bekommen und muss dann eben zugucken. Aber bekommen wir, und das wäre durchaus typisch jetzt irgendwie sowas, wäre alles noch safe. Nur wenn er dann weitergeht und diese Marke bricht, dann ist die Kuh vom Eis für die bullische Seite vorläufig nicht mehr wirklich attraktiv. Wenn die Bewegung dann hochgeht, dadurch geht, dann wäre das die Long-Richtung. Also nochmal 15.800 ganz grob. Das ist jetzt nicht ein Stein gemeißelt, diese Marke, aber so dieses Umfeld 750, 800, vielleicht auch ein bisschen mehr noch, das wäre durchaus dann nicht unrealistisch. Hängt auch ein bisschen noch davon ab, wo dieser Punkt liegt und natürlich auch, wo dieser Punkt liegt, damit man in etwa sehen kann, lohnt sich der Trade oder lohnt er sich eben nicht. Aber ihr merkt euch dieses Zwischenhoch hier. Ja, warum überhaupt die ganze Sorge nach unten? Sieht doch gut aus. Was maulte denn jetzt schon wieder? Gucken wir mal nach Amerika. Schauen wir uns mal an, was dort die Indizes gekonnt haben und das ist eben immer noch nicht wirklich so richtig toll. Und das ist der Dow Jones. Und ihr seht, da hat sich nicht wirklich was verändert, deshalb will ich das in aller epischen Tiefe jetzt nicht nochmal anbringen. Aber ihr seht, dass hier diese Rücksetzer hier und hier, das ist mit überschneidend. Achtet darauf, was er hier machen wird. Da haben wir schon die nächste mögliche Überschneidung vor uns. Also wenn der Kurs jetzt wieder sowas macht, dann würde sich das abermals untermauern. Das heißt, ich denke mal, man sollte diese Zwischenhochs hier in Erinnerung haben. Das ist Dow Jones jetzt beispielsweise der Future. Das liegt ungefähr bei 34.855 oder 54, irgendwie sowas in Richtung. Da sollte dann nicht mehr reingehen. Also je tiefer er da drunter dann reicht, desto dover und spätestens die Unterseite wäre dann ein Short Trigger. Für mich wahrscheinlich kein guter, weil schon so weit weg, ich mach mal eine Annahme, wenn er dann so runter geht und in diese Richtung, dann wird er zwischendurch bestimmt auf einer kleineren Ebene irgendwie sowas bringen. Und dann können wir sagen, ja, okay, dann können wir hier auch schon mal die Short-Seite machen. Gleiche Argumentation wie bei der DAX-Geschichte, nur eben in die andere Richtung. Also wenn ihr eine starke Bewegung habt und eine verhältnismäßig schwache Bewegung, dann sind das immer so mögliche Ansatzpunkte, um an der Stelle long zu gehen oder hier eben die starke Abwärtsseite, hier dieses ABC nach oben, an dieser Stelle dann eben short zu gehen. Das ist so ungefähr dieser Ansatz. Also man muss nicht auf das warten. Nicht zwangsweise, wenn er hier zwischendurch schon irgendwie sowas bringt, dann kann man natürlich da auch schon sagen, ich hab's gesehen, ich mach schon mal mit. Und wenn der dann sogar noch hier drunter reicht, dann müssen wir da nicht mal Gewinne mitnehmen, selbst wenn das so eine 1 zu 1 Relation ist, wo ich ja immer sage, das ist so ein bisschen so Mindestziel, so typisch, dass es häufig gleich lange Bewegungen sind. Aber wenn das passiert, dann müsste doch eigentlich diese Korrektur fertig sein. Das heißt, dann ist sogar nicht ganz auszuschließen, dass wir irgendwie diese Abwärtsbewegung nochmal bekommen und dass wir dann runtergehen bis 33.300. Oder ich war etwas harmlos mit der Zeichnung, theoretisch kann ich auch da runterzeichnen. Und wenn ich das hier mache, dann hätten wir, nehmen wir mal an, dass mit dieser 1 zu 1 Relation passt, sogar bis 33.000 Platz aus dieser Geschichte. Na, das würde gut passen, denn das würde eigentlich hervorragend mit diesen 33.000 hier hinhauen. Das ist aber jetzt kein Versprechen, nur weil es schön passen würde, ist das noch keine Ansage, das wird auch definitiv so passieren. Das nun überhaupt nicht, aber wir sollten ein Auge drauf haben, wie er jetzt hier eben reagiert, also sprich, das, was wir hier im Nahkampfchart jetzt als nächstes bekommen und eben, ob er diese Zwischenhochs, die ich jetzt eben ja hier schon genannt habe, ob er die bricht. So, und da bleiben wir uns treu. Das Gleiche ist mehr oder weniger bei dem, was wir jetzt hier beim SES haben, das ist der S&P 500 Future, auch hier der Dezemberkontrakt. Und da merkt euch bitte mal das Zwischenhoch, was ihr hattet vom, jetzt muss ich selber gucken, 7.10. war das, das Hoch lag bei ungefähr 4.421,5, das ist sogar ziemlich exakt. Die Marke, also wenn er da nochmal drunter geht, dann fangen wir wieder mit Überschneidungen an. Jetzt aber nochmal eins vorsichtig, diese Überschneidung ist jetzt nicht, oh, dann gehe ich doch hier schon short. Vorsichtig, das könnte ja immer noch, solange es nur so ist, ja nur eine kleine interne Bewegung sein. Nur der Verdacht wird größer. Der eigentliche Trigger ist das. Da sollten wir eigentlich nicht mehr drunter gehen. Und wer das nicht abwarten will, was ich auch nicht so gerne will, weil das sehr tief ist, kann man doch nicht vorher irgendwas machen. Ja, wenn er eben nicht hier wackelig runterkommt, sondern wenn er hier dynamisch runterkommt und dann wackelig hoch, mit der gleichen Argumentation, die wir eben hatten, dann eben die Fortsetzung nach unten. Und weil wir gerade dabei sind, machen wir uns den S&P, hätte ich fast gesagt, den Nasdaq auch nochmal zu eigen. NQ hier, 1221, ebenfalls der Kontrakt. Das sieht ebenfalls bisher noch sehr korrektiv aus. Auch hier gilt diese Marke. Auch hier haben wir vielleicht eine frühere Chance reinzugehen, wenn er Schub runter macht und wackelig hoch. Und das ist leider nicht immer schön. Manchmal ist das hier zwar schön ABC hoch. Ich mache es mal weg, dann sieht man es fast besser als meine Zeichnung. Das hier ist nicht so schön gewesen, aber ihr seht schon, das muss nicht immer perfekt sein. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber wenn es perfekt ist, hervorragend. Und wenn es andeutungsweise ist, dann kann man sich überlegen, na gut, ich mache das, ich gehe das Wagnis ein oder eben auch nicht. Das ist dann natürlich eine Entscheidung, die ihr selber gerne treffen solltet. Insofern ist das, was wir hier alles hatten bei den Amerikanern, nicht so toll wie das, was wir beim DAX haben. Das ist der Grund, warum ich eher noch die Vermutung, manche würden sagen Befürchtung habe, dass es noch einmal tiefer geht und anschließend erst nach oben. So ist das aus dieser Geschichte hier zu lesen. Und dementsprechend nehmt das mal entsprechend mit. Auch wenn das hier im kleinen Bild vielleicht im Moment gar nicht so negativ aussieht, weil die letzten Schübe zumindest sich mal nach oben andeuten. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute mit diesem Index-Update. Bis zum nächsten Mal.